Meine Mutter ist, wie man sagt in Englisch, superstitious. Sie hat größt und mehr vergeteilt. Sie hat verschiedene Werte, wo sie in unserer Familie leben. Eins, was alle Kinder in der Englisch-Scheune kennen, ist metonisch singen in der Früh. Als du singst in der Früh, ist das weinen bei der Nacht. Eine andere Sache, an die ich gedenke, an die meine Mutter, die Kinder ausgelernt haben, ist am Tisch. Ist zu stellen Essen und zu legen weg Böcher. Nicht. Betonisch sage ich wegsessen auf den Tisch. Jedes Kind käme nicht. Todisch. Eine andere Sache, an die ich gedenke, an die meine Mutter, an die die Kinder ausgelernt haben, ist nicht superstitious. Das ist, wie man sagt, wie man fühlt sich bei jedem. Meine Mutter hat mich nicht gelassen, in den Socken gehen. Bevor es oder mit dem Tisch, aber nicht in den Socken. Man wusste nicht, weil man als Begeiterung in den Socken ist mit einem Ovo. Aber es ist gut zart, nur ein guter Mensch mit dem Thema.